Leute, die beste Möglichkeit sich zu motivieren, irgendwas im Haushalt zu tun, ist Dixter Pop anzumachen. Ich lag die ganze Zeit auf dem Sofa und war so müde, wie immer, aber es kann so nicht weitergehen. Ich kann nicht die ganze Zeit immer von der Arbeit heimkommen, was essen, aufs Sofa liegen, am Handy schlafen und nichts tun. Der Boden sieht aus, Leute, es wird Zeit, ich muss mal Staub saugen, werde ich jetzt auch tun. Ich habe jetzt laut Dixter Pop angeschmissen und werde jetzt gleich eben Staubsauger schnappen und los Staub saugen. Und nachher mache ich noch Sport. Eure Fragen, die zwei, die ihr mir noch gestellt habt, werde ich jetzt auch noch später in Ruhe beantworten. Erstmal tue ich Staubsaugen, mache dann Sport und ich schaue dabei mal eine Serie. Eine super Empfehlung von der lieben Mascha, die hat mir empfohlen, also es war ihr Tipp, es hat gemeint, ja die 40 Minuten Sport, weil ich will jetzt 40 Minuten versuchen durchzuziehen auf meinem Crosstrainer. 40 Minuten durchlaufen ohne Pause, also wirklich durchziehen. Und dann schaue ich meine Lieblingsserie Lucifer, ich habe noch einige Folgen zuschauen, das war nämlich ihre Idee. Sie meinte, kannst du eine Serie dabei schauen, dann kommt es dir nicht so anstrengend vor. Ich bin gespannt, ob es dann besser läuft. Laufen wird es auf jeden Fall. Also schwitzen werde ich so oder so. Das hat dann nichts mehr mit der Serie zu tun. Ich denke, anstrengend wird es so oder so sein. Eure Fragen, wie gesagt, die Frage, wie viel Beziehung ich hatte und die andere Frage ist, wie viel Sport ich mache zur Zeit mehr als sonst, werde ich dann noch in, ich antworte dann einfach mit, ich schreibe es. Auf jeden Fall, das war es eigentlich auch schon. Meine Story sind wieder sonst viel zu lang und ich muss jetzt echt loslegen. Wir haben einfach schon wieder kurz vor neun, eine Minute vor neun. Ihr Lieben, ich melde mich vielleicht später bei euch mal sehen. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend, falls ich mich nicht melden sollte. Bis bald, ciao, ciao, macht's gut. Bis bald, ciao, 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 ciao.